Also, heute präsentiere ich euch mal den Elle. Und was der Elle so bei uns macht, ist zum Beispiel Spurenlesen. Er macht noch viele andere Sachen, aber Spurenlesen macht er ganz besonders gern und das kann er auch ganz besonders gut. Und heute frage ich ihn eigentlich, warum machst du denn überhaupt? Eigentlich keine Ahnung, das ist nur total geil. Aber ernsthaft, im Prinzip habe ich ganz am Anfang von dieser Wildniszeit aus dem Survival heraus gesucht, wie ich an Tiere komme, um mich zu ernähren. Was mich heute so fasziniert, ist eigentlich das Einheimischsein. Also ich muss nicht nach Kanada oder Afrika, um Wildnis zu leben, sondern ich kann mit den Tieren hier in meiner Umgebung vor Ort mich mit der Tierwelt verbinden. Pferdenlesen ist ein super Einstieg in die Tierwelt rein. Und das ist, man stellt fest, so ein geheimes Parallelleben, was stattfindet unter uns, schon seit Millionen von Jahren, was wir völlig verdrängt haben. Und da kriege ich jetzt einen Einblick rein, indem ich diesen Spuren und Zeichen folge. Also man muss wirklich sehr genau gucken, um was zu sehen. Das dann natürlich auch richtig interpretieren, aber vorher eigentlich ziemlich wertfrei erkennen, analysieren, was man da sieht. Und das ist ein riesiges Feld, was irgendwie kein Ende hat und fördert sehr die Wahrnehmung. Das merke ich sogar in anderen Bereichen des Lebens, wie mir das da hilft. Es gibt einen Umschlag, weil letztlich das Rausgehen und das Erleben. Also ich gehe an einen Live-Track, einen Abdruck, überlege mir, wer das war, was ist hier passiert. Das ist so ein bisschen Detektivspiel und ja, findet dann raus, was da passiert ist. Und das ist eigentlich sehr spannend. Und da passiert auch was mit allen. Man kommt völlig runter, völlig aus dem Alltagsstress raus und ist in der Umgebung drin. Man muss die Sinne gebrauchen, das ist wichtig. Und erlebt das Ganze wirklich multidimensional mit allen Sinnen. Sag mal, hat jedes Tier auch so seine eigene Story, sein eigenes Leben, aus dem du dann lesen kannst? Ja, natürlich. Also biologisch gibt es natürlich Gruppen und Familien von Tieren, so Hundeartige mit Wolf und Fuchs und sowas natürlich. Aber eigentlich gibt es nicht nur Rehe und Füchse und Dachse, sondern es gibt auch den einen Fuchs. Und gerade hier im Camp habe ich das so erlebt, aber bei mir zu Hause auch, dass wenn ich immer zu einer ähnlichen Zeit, wenn ich im Zeitbereich, in einem Zeitfenster rausgehe, an einem bestimmten Ort, sehe ich eigentlich immer dasselbe Individuum. Du begegnest also einem Lebewesen, quasi einer Persönlichkeit. Genau. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, was ich selber am Anfang mal so gelernt habe oder in den Kursen gelernt habe, ist, dass die Menschen oft gewohnt sind, von oben herab auf die Natur zu gucken und sie zu kontrollieren. Und dann ist ein toller Schritt, eigentlich auf Augenhöhe dem Tier zu begegnen, beziehungsweise es zu respektieren. Und das kann man nur, wenn man es kennt. Ich habe also da eine ganze Menge Storys erlebt. Und spannend wurde aber der Moment, wo man eigentlich das Tier sogar über sich hebt und es bittet, ein Lehrer zu werden. Ich gehe also in die Demut und lerne durchbeobachten und baue eine Verbindung auf. Also dieses Gefühl der Verbindung aufzubauen, das ist was ganz Besonderes. Ich habe also tolle Erlebnisse schon gehabt, zum Beispiel, dass ich diese Sitzplatzübungen gemacht habe, die ja im Camp ja auch hier vermittelt wird. Da kommen dann die Tiere, wenn man sehr entspannt ist, auch sehr nah. Und das sind tolle Erlebnisse, die wird man ein Leben lang im Gedächtnis behalten, eigentlich in sich behalten. Und das kann man in keinem Buch lesen. Man muss rausgehen. Nicht zu viel erwarten, sondern einfach mit dem gehen, was ist und demütig sein. Und dann passieren ganz tolle Storys. Also ein Reh hat schon an mir geschnuppert, zum Beispiel, am Sitzplatz, weil ich entspannt war. Toll ist auch, das ist eigentlich die hohe Schule, einer Fährte zu folgen. Zum Beispiel bei einem großen Hirsch ist das etwas leichter, weil der schwer ist mit den harten Hufen. Und wenn man dann mal eine längere Zeit der Spur folgt und was gar nicht so leicht ist über den schwierigen Boden, da muss man gut diese Abdrücke wahrnehmen können. Man muss aber auch die Intuition haben, das Tierverhalten kennen, dass man weiß, wo suche ich denn das Tier? Wo könnte das langgegangen sein? Und wenn ich dann dieser Spur folge, baue ich eine Verbindung auf. Teilweise kann man das sogar spüren, dass man auf der Spur ist. Und das Tollste ist, wenn man es schafft, am Ende der Spur das Tier zu sehen. Ja, wenn du jetzt Lust bekommen hast, die hohe Kunst des Spurenlesens zu erlernen, dann schau dir auf unserer Webseite um, schau dir die Kurse an und buch sie. Bis dahin, Pascal von www.wittnestraining.de